Lina! Fridolin, was ist denn los? Warum wollst du denn mitten in der Nacht so herum? Sieh doch, das ganze magische Dorf ist in Dunkelheit gefüllt. Oh, jetzt wo du es sagst? Scheint wohl ein Stromausfall zu sein. Hm, ja, aber was machen wir denn jetzt? Ach, halb so schlimm. Mit einem Wien, also nicht, lässt sich auch dieses Problem ganz sicher im Handumdrehen lösen. Okay, gemeinsam. Dinkel, dunkel, danach funkeln. Ja, das klappt. Okay, das war's. Wow. Wow. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018